In diesem Video zeigen wir euch, wie man eine schwere Gleichung mit Klammern und Potenzen löst. Hierfür benötigt ihr die erste binomische Formel und diese lautet Klammer auf a plus b Klammer zu ins Quadrat ist gleich a² plus 2ab plus b². Wenn ihr die binomischen Formeln noch nicht kennt, wäre es gut, wenn ihr euch erstmal darüber informiert und danach das Video weiterguckt. Viel Spaß! Die Gleichung ist Klammer auf x plus 1 Klammer zu zum Quadrat plus Klammer auf x plus 4 Klammer zu zum Quadrat gleich Klammer auf x plus 2 Klammer zu zum Quadrat plus Klammer auf x plus 3 Klammer zu zum Quadrat minus 2x. Als erstes müssen wir die Klammern auflösen. Die erste Klammer ist Klammer auf x plus 1 Klammer zu zum Quadrat gleich x² plus 2x plus 1. Wir lösen die zweite Klammer und addieren sie zur ersten dazu. Die zweite Klammer lautet Klammer auf x plus 4 Klammer zu zum Quadrat. Also plus x² plus 8x plus 16. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Gleichung. Diese Klammer lautet Klammer auf x plus 2 Klammer zu zum Quadrat und das ist x hoch 2 plus 4x plus 4. Die vierte Klammer lautet Klammer auf x plus 3 Klammer zu zum Quadrat und ergibt x hoch 2 plus 6x plus 9. Am Schluss kommt noch das minus 2x dazu. Jetzt sind die Klammern mithilfe der ersten binomischen Formel aufgelöst. Wir fassen die Gleichung einmal zusammen. Der erste Teil der Gleichung wird zusammengefasst, indem wir die x² zusammennehmen, die x zusammenfassen und 1 plus 16 rechnen. Auf der rechten Seite machen wir es genauso. Jetzt wo die Gleichung zusammengefasst ist, packen wir alles mit x auf eine Seite, indem wir minus 2x² rechnen. Übrig bleibt eine ganz einfache Gleichung. Jetzt schieben wir alles, was ein x hat, auf eine Seite, indem wir minus 8x und minus 17 rechnen. Danach rechnen wir geteilt durch minus 2. Das Ergebnis lautet dann x gleich minus 2.